14. Türchen, ich habe hier ein kleines Spiel für euch. Ich ruhe! Hier geht es wieder nach den meisten Punkten. Wer von euch das beste Ergebnis einsendet, bekommt dafür 30 Karotaler. Der Zweitplatzierte bekommt 15 Karotaler und der Drittplatzierte bekommt 7 Karotaler. Eure Screenshots wie immer via ENS auf Animax Anjonocchi. Tschüss!